In diesem Slidecast zur juristischen Methodenlehre lernen Sie die Art und Weise kennen, wie Juristen Normen in der Rolle als Rechtsanwender verstehen und umsetzen. Zunächst widmen wir uns zentralen Begrifflichkeiten wie Hauptnormen, Tatbestand, Rechtsfolge und Co. Anhand eines Fallbeispiels lernen Sie dann die Kernaufgaben des Juristen im Privatrecht beim Umgang mit Gesetzen als ihr wichtigstes Arbeitsmittel kennen. Sie werden sehen, dass die Auseinandersetzung mit dem Anspruch stets der Ausgangspunkt ist und am Ende verstehen Sie, warum das Interpretieren von Gesetzen nach völlig anderen Regeln abläuft als beispielsweise bei der Deutung von jurischen Werken. Zum Einstieg in die juristische Methodenlehre schauen wir uns zunächst einige zentrale Begrifflichkeiten an. Eine präzise Formulierung ist nämlich gerade im Rechtsbereich von entscheidender Bedeutung. Eine Rechtsordnung besteht aus einzelnen Rechtsnormen. Eine Norm ist ein Satz, der sagt, wie etwas sein soll und nicht, wie etwas ist. In Gesetzen wird dieser Verhaltensbefehl grammatisch häufig durch einen Aussagesatz erteilt. Schauen wir uns einmal ein Beispiel an. § 823 Absatz 1 BGB lautet, Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Die Vorschrift in der Norm ist, wie man sieht, grammatisch ein Aussagesatz, aber inhaltlich ein Befehlssatz, da sie anordnet, dass derjenige, der eines der benannten Rechtsgüter eines anderen verletzt, ihm Schadensersatz zu leisten hat. Ein Rechtssatz wie in unserem Beispiel der § 823 besteht in der Regel aus zwei Teilen. Zum einen der Tatbestand. Dieser enthält die Bedingung dafür, dass die in der Norm angeordnete Rechtsfolge ausgelöst wird. Er umfasst eine oder zumeist mehrere Voraussetzungen, die man Tatbestandsvoraussetzungen oder Tatbestandsmerkmale nennt. Der zweite Teil ist die Anordnung einer Rechtsfolge. Ist der Tatbestand, also jedes einzelne Tatbestandsmerkmal erfüllt, tritt die benannte Rechtsfolge ein. Der typische Rechtssatz setzt sich demnach aus einem Konditionalsatz mit den Tatbestandsvoraussetzungen »wenn« und einem Hauptsatz mit der Rechtsfolge »dann« zusammen. Allerdings formuliert das Gesetz dieses Konditionalgefüge in den meisten Fällen weniger schematisch, sodass Sie als Rechtsanwender zunächst Tatbestand und Rechtsfolge herauslesen müssen. Auf unseren Beispielrechtssatz angewandt würde dieser dann lauten, »Wenn jemand vorsätzlich oder fahrlässig das Leben und so weiter eines anderen verletzt, dann ist dieser jemand dem anderen zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.« Solche Normen wie der vorliegende Fall, die einen Normbefehl enthalten, nennt man Hauptnormen. Normen, die keinen Normbefehl enthalten, nennt man Hilfsnormen. Sie dienen der Ausfüllung der Hauptnormen. Schauen wir uns nun, nachdem wir die zentralen Begrifflichkeiten durchgearbeitet haben, mal einige zentrale Aufgaben des Juristen an. Vor dem Hintergrund, dass das Privatrecht die Rechtsbeziehungen zwischen den Bürgern regelt, gibt es in der Regel immer jemanden, der etwas haben möchte. Zu prüfen ist aber, ob der Person der jeweilige Anspruch, also das, was sie haben möchte, auch zusteht. Daraus ergeben sich drei zentrale Kernaufgaben des Juristen. Erstens die Beantwortung der Frage, wer will eigentlich was von wem? Zweitens ist zu klären, warum will er das? Und drittens muss geprüft werden, auf welche gesetzliche Grundlage kann dieser Anspruch überhaupt gestützt werden. Um auf die vorgenannten Fragen genauer einzugehen, schauen wir uns einen sogenannten Lebenssachverhalt an, in diesem Fall ein fiktives Beispiel. In diesem Beispiel isst Erika ein Eis. Beim Eisessen dreht sie sich achtlos um und stößt mit Max zusammen. Er bleibt zwar unverletzt, seine Jacke ist aber vom Eis vollkommen verdreckt. Die Frage ist nun, ob Max von Erika die Kosten für die Reinigung seiner Jacke verlangen kann. Erste Frage, wer will was von wem? In unserem Fall banal. Max will Geld für die Reinigung seiner Jacke von Erika. Auch die zweite Frage lässt sich noch relativ leicht beantworten. Warum will er das? Weil Erika seine Jacke mit Eis bekleckert hat. Aber gibt es auch einen rechtlichen Anspruch? Dies greift Frage 3 auf. Gesucht wird die sogenannte Anspruchsgrundlage. Diese ergibt sich oftmals direkt aus dem Gesetz, nämlich besteht dann ein Anspruch, wenn der Tatbestand durch den Lebenssachverhalt erfüllt wird. Der Jurist muss nun in diesem Falle alle auch nur entfernt möglichen Anspruchsgrundlagen suchen. Wichtig dabei ist, dass eine Anspruchsgrundlage im Gesetz nicht nur aus dem Tatbestand, sondern auch aus der Rechtsfolge besteht, so wie der 823. Somit können Sie sich merken, dass Sie Anspruchsgrundlagen daran erkennen, dass der Gesetzestext Tatbestand und Rechtsfolge benennt. Diese Rechtsfolge gewährt beispielsweise unser alter Bekannter 823 Absatz 1 BGB. Bei der Reinigungsgebühr scheint es sich zweifelsohne um einen daraus entstandenen Schaden zu handeln. Aber die Anspruchsgrundlage in 823 gewährt den Anspruch nur, wenn der Tatbestand auch erfüllt ist. Um dies zu überprüfen, also ob der Tatbestand auch erfüllt ist, wird die sogenannte Subsumption durchgeführt, bei der der Tatbestand mit dem Sachverhalt verglichen wird. Zunächst wird in Schritt 1 der Tatbestand portioniert, also in den einzelnen Tatbestandsmerkmale zerlegt. Die isolierten Merkmale müssen nun definiert werden, also sozusagen mit Leben gefüllt werden. Was verbirgt sich hinter dem Begriff vorsätzlich? Was ist Vorsatz? Jetzt fragen Sie sich sicherlich, wo bekommen Sie diese Definition her? Einen möglichen Weg möchte ich Ihnen in einem kurzen Exkurs zeigen. Und zwar haben Sie als Student der FOM über Ihren Online Campus Account Zugang zu BackOnline. BackOnline, eine juristische Fachdatenbank, in der Sie solche Definitionen finden können. Ich zeige Ihnen nun kurz, wie. Loggen Sie sich also in den Online Campus ein und navigieren über Mein Institut, dann auf Tools & Services und Literaturrecherche zu dieser Seite. Dort können Sie juristische Fachaufsätze und Zeitschriftenartikel von BackOnline anwählen und dann über den Knopf zur Suche direkt auf die Website gelangen. Als allererstes ist es wichtig, dass Sie prüfen, dass rechts im Suchfeld unser BackOnline markiert ist. Das heißt, es werden Ihnen nur solche Suchergebnisse angezeigt, die Sie auch sehen können aufgrund der Berechtigung, die die FOM für Sie erworben hat. Dann geben Sie Ihre Suchbegriffe ein. In diesem Fall habe ich das schon getan. Ich suche nach Vorsatz und nach BGB. Auf der linken Seite können Sie nun die Suchergebnisse eingrenzen nach Rechtsgebiet. Bürgerliches Recht ist schon angewählt. Und zusätzlich möchte ich Ihnen noch den Publikationstyp einschränken. Und zwar suchen wir in Kommentaren und Handbüchern und wählen dann auf Gut Glück einfach mal den ersten Kommentar, gehen unter den Punkt Allgemeines und finden dort in der ersten Zeile bereits das Schlüsselwort definiert. Das heißt, hier können Sie sich an bereits bestehenden Definitionen bedienen. Das nur als kleiner Hinweis. Sie werden in Ihrem Studium BackOnline sicherlich noch des Öfteren konsultieren. Nachdem Sie nun gesehen haben, wo Sie die Definitionen herbekommen, gehen wir einmal unsere Tatbestandsmerkmale durch. Der Vorsatz ist das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Die nächsten vier Tatbestandsmerkmale lassen wir jetzt mal außen vor und machen weiter beim Eigentum. Eigentum ist das umfassende Herrschaftsrecht über bewegliche und unbewegliche Sachen. Eines anderen bedeutet eine andere natürliche oder juristische Person. Und Verletzung in Bezug auf Sachen meint, wenn die Substanz oder die Nutzung der Sache beeinträchtigt ist. Nun haben wir den zweiten Schritt abgeschlossen und haben alle Tatbestandsmerkmale definiert. Im dritten Schritt wird der Sachverhalt, also unser Fall, nun mit den definierten Tatbestandsmerkmalen verglichen und auf Übereinstimmung geprüft. Liegt Vorsatz oder Fahrlässigkeit vor? Irriga hat Max sicherlich nicht mit Vorsatz angestoßen. Da sie sich aber achtlos umgedreht hat, liegt durchaus Fahrlässigkeit vor. Das Leben von Max wurde nicht verletzt, sein Körper und seine Gesundheit auch nicht, er blieb schließlich unverletzt. Ebenfalls wie seine Freiheit, die wurde ihm ebenfalls nicht genommen. Anders sieht es allerdings beim Eigentum aus. Das Eigentum ist in diesem Fall die Jacke eines anderen und zwar von Max. Und diese wurde in Anführungszeichen verletzt, indem sie befleckt wurde. Im vierten und letzten Schritt fassen wir nun die vorher definierten und miteinander verglichenen Merkmale zusammen. Wir können nun also sagen, dass Erika das Eigentum eines anderen, in unserem Fall von Max, fahrlässig, weil sie achtlos war, verletzt, also beschmutzt hat. Somit ist der Tatbestand des § 823 Absatz 1 BGB erfüllt und die Rechtsfolge tritt ein, nämlich, dass sie dem anderen, also Max, zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens, also der Reinigungsgebühr, verpflichtet ist. Folgendes haben Sie gelernt. Sie wissen nun, was eine Rechtsnorm ist, was ein Rechtssatz ist, woraus er sich zusammensetzt, was der Unterschied zwischen Hauptnorm und Nebennorm ist. Anhand des kleinen Fallbeispiels mit Max und Erika haben wir die Kernaufgaben des Juristen im Privatrecht veranschaulicht. Sie wissen, wie die Subsumption als eine zentrale Aufgabe des Juristen abläuft und kennen die vier Schritte, die dabei durchlaufen werden müssen. Spätestens bei der Definition der Tatbestandsmerkmale haben Sie gemerkt, dass die Interpretation der Gesetze ähnlich schwierig ist wie die Analyse von Gedichten und Co., aber eine andere Vorgehensweise und selbstverständlich eine völlig andere Zielsetzung haben. Wir hoffen, wir konnten Sie mit diesem Slidecast unterstützen, wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 2021 Untertitelung des ZDF, 2020